Musik 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 Ja, liebe Hürdenfreunde, es läuft auch beim Bauer Aussie heute Freitagabend Ich spitze da meine Eiweiß Serfen gegen Unkraut mit oh ja, ich habe gerade ein bisschen lang ähm Basagram ähm ja, ich muss da So, jetzt habe ich es wieder Basagram, 800 Gramm die Hektare und dazu ein Liter Pandur Wir füllen da noch ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist nicht ganz gereicht, ich bin an morgen. Jetzt spritze ich Kartoffelgegenunkraut mit 5 Liter Boxer plus 1,5 Liter Senkordiektar. Bei schönem windstillem Wetter, wichtiges Spritzerwetter, wunderbar. Da kann ich auch entlang der Zuckerrüben eines Nachbarn spritzen ohne Probleme. Bei Windpielen sieht man es schwierig solche Sachen. Plötzlich hat mir noch einen großen Schaden gemacht. Also, jetzt schon. Jaaa, mein Fan, der fährt wieder alleine. Das kann er sehr gut in der Kartoffelfurche. Fast GPS-Gelenk. Jaaa, ich liebe es. Windstilles Wetter, das ist so schön zum Spritzen. Wirklich windstill. Und ich hatte ja da drüben Zuckerrüben meines Nachbarn. Am Morgen ist da noch der Nordwind gegangen. Das wäre unmöglich gewesen, die Kartoffeln zu spritzen. Und ich habe mich da entschlossen zuzuwarten. Und ich hätte nicht gedacht, dass es heute Abend so windstill ist. So, sieben Uhr nach dem Essen ist es angesagt. Und nachher spritze ich noch einmal zwei Hektar Kartoffeln. Jawohl. So, meine Kuhli-Kuhli da. Kuhli-Kuhli, ja. So, 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 so. Geht's gut da? Okay. Ja, ich weiss. Die Fenster, äh, die Scheiben sind dreckig. Und dann, wenn da die Sonne reinscheint. Gibt es kein schönes Bild zum rausfilmen. Ich werde den, den 3.11 bei Gelegenheit mal waschen. Wenn's dann mal regnet. Ja, bitte. 6,6 Stundenkilometer. 420 Zapfälle und knapp 1200 Motor-Umdrehungen. So fahre ich im Moment, oder meistens fahre ich mit 400 Zapfällen-Umdrehungen. Und die Geschwindigkeit variere ich. Je nachdem, wie viel Wasser und wie viel Druck ich da aus dem Rautwasser möchte. Und ich bin ja mit dem Fett voll flexibel. Ich kann jede Zapfellerdrehzahl einstellen. Jede Geschwindigkeit. Es ist alles mögliche. Ja, nur schade ist, dass ich zu wenig Mittel habe. Dann hätte ich gerade fertig spritzen können. Und Kartoffel- und Krautbekämpfung gerade abschliessen. Aber ich habe zu wenig. Und ich muss morgen halt noch in der Genossenschaft gehoben. Mittel holen. Wir haben da zu wenig berechnet. Ich denke, wir haben einfach ein bisschen knapp eingekauft, damit ich da nicht Reste haben habe. Aber jetzt hat's halt nicht gereicht. Und ich habe auch etwas mehr Mittel verbraucht. Zum einen weiss ich nicht genau, warum. Ich fahre anstatt 6,5 Stundenkilometer fahre ich jetzt 6,6. Und da hatte ich da eine Düse verloren. Und ich weiss nicht, wie lange ich gefahren bin. Und da geht da natürlich auch mehr Spritzmittel raus, wenn da eine Düse fehlt. Ich hoffe, ich bin nicht zu lange gefahren. Ich fahre ohne Düse. Ja, ich könnte auch 6,7 Stundenkilometer fahren. Ja, wie gesagt, beim Fendt alles möglich. Große Vorteile beim Spritzen. Wenn du siehst, es könnte knapp werden, kannst du schnell ein, zwei Zehntel schneller fahren. Oder umgekehrt auch. Und jetzt wieder fährt er alleine. Alleine in der Furche. Ich kann ihn dann wahren lassen. Ja, wie ich sehe, schade. Es reicht nicht ganz für dieses Feld fertig machen. Ich denke, dann bleibe ich da irgendwo stehen. Mit einer halben Länge, zu wenig Mittel. Aber jetzt soll der Bauer Hause Feierabend machen. Hier, Raps aufgelaufen. Hier auch der Raps. Da auch der Raps. Überall läuft der Raps auf. Und ich glaube, ich habe auch schon Gräser gesehen. Ja. Ja. Raps aufgelaufen. Ja. Genau, der Raps. Ja, auch der Raps. Überall. Überall läuft der Raps auf und ich glaube, ich habe auch schon Gräser gesehen. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich, tschüss zusammen, ciao, ciao.